So ein Wunder muss man vorsichtig an den Arm stitzen, dass es gehen kann und legt sich nicht hin. Weißt du, so ein Wunder ist eine Streiterei mit Gott, da weiß ich genau. Über Gott weiß ich genau, da kann mir niemand erzählen. Mit Gott ein Geschäft machen ist eine Sache von langen Handeln. Oi, muss man sagen. Oi, Gott der Allmächtige. Oi, Gewalt. Meine Lebensmittelkarten habe ich in das Geschäft schon investiert. Meine Finger sind schon so dumm geworden. Nicht einmal eine Brieftasche kann ich mehr ziehen. Was der Fluss hinter mir ist, habe ich die Brücke darüber schon weggebrochen. Ich kann nicht mehr zurück. Darum, geschätzter Herrgott, wende ich mich an dein hochrenommiertes Ehrgefühl. Sei er, Gentleman, mit all meinen Investitionen kannst du mich nicht sitzen lassen in Dreck. Demzufolge, ich bitte, lass das Wunder nicht. Vielleicht jetzt sich hinlegen und kapieren, sondern... Also mich heiraten willst du nicht. Ich bin, 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 ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020